Also, der kürzeste Fluss der Welt, Yumi Aril, 175 Meter, kommt da vorne aus dem Berg raus, geht hier unten lang, geht hier unten lang, und fließt da vorne in Garnaschee, da hinten. Und der Fluss ist dafür berühmt, dass es hier die größte Pizza gibt in ganz Italien, und das ist die Rechnung, wenn wir in den Fluss fliegen. Pizzeria Aril. Man achte jetzt auf die Preise. Ich hoffe, man kann es lesen. Was habe ich denn mit Filmen? Boah. Das ist neu. Das ist neu. So eine Rufung. Beste Pizzeria wo gibt. Keep smiling. The best Pizzeria they will. Welcome to the new Aril. Ja, wenn die nachher rauskommt. Und da ist noch ein klassiker Helfer. Wow. Normal. Wow. Das beste. Ja, also eine Hand, zwei Hand, drei Hand, vier Hand, fünf Hand, sechs Hand, drei Hand. Das ist meine. Das ist meine. Das ist meine. Die. Das ist meine. Das ist meine. Untertitelung des ZDF, 2020